Man verlauft sich doch eigentlich sehr schön aus. Ich würde mal sagen, so wie in der Demo machen wir jetzt einfach mal als nächstes das Fest der Leckereien. Oh, hier findet ein Nass-Naschfest statt. Hier werden Leckereien zubereitet und alle dürfen sich damit den Bauch vorschlagen. Oh ja, bitte. Das wird großartig, definitiv. Und alle freuen sich, ich möchte eine Meister-Torte essen. Ich auch. Wenn nirgendwo einen Schurke zu sehen, gehen wir zum Tor. Das Fest wird dort eröffnet. Das Fest beginnt bald. Es sollte gleich losgehen. Fängt das Fest bald an? Wie lange muss ich denn noch warten? Ah, Leckereien. Ah, Leckereien. Weg von den Leckereien, du. Wird dir stetig noch mehr Leckereien? Unsere schöne Leckereien. Genug gejammert. Noch können wir etwas tun. Schnell hier entlang. Wir brauchen deine Hilfe. Okay. Oh, und dafür können wir auch eine Schleife. Dank dir sind unsere Leckereien sicher. Ihr braucht unsere Hilfe. Okay. Es ist noch Zeit, bis das Fest beginnt. Schnell, wir brauchen mehr Zutaten. Hier entlang. Okay. Der Garten. Hallo Phoenix. Schön, dass du jetzt dabei bist. Ich habe so ein Déjà-vu von diesem Daffel hier. Auf in die Küche. Ich habe mich aber erst mal hier. Dann kommen. Auf in die Küche. Los geht's. Hier werden die Leckereien gemacht. Ja. Prinzessas Cotspich ist bereit. Was macht man denn jetzt? Du kannst uns bestimmt helfen. Oh nein, wo ist denn Schäfter? Partiserie. Oder so ähnlich. Die Leckereien gemacht. Das Fest ist gerettet. Die Glocke. Das Fest beginnt bald. Backen wir Kekse für die Gäste. I'm ready. Oh Gott. Jetzt kommt mir die Demo wieder komplett hoch. Hilf uns bitte Kekse zu backen. Und zwar so viele wie möglich. Ich will nicht. Lege die fertigen Kekse dann auf die Wagen. Ich will nicht. Backen wir erst einmal. Uns warm. Drücke wiederholt B und höre gleich rechtzeitig auf, damit die Kekse gelingen. Nicht zu viel rühren. Okay. Ich habe aber ein Delay, ne? Bitte schön. Gut gemacht. Wir schieben sie raus. Oh Gott. Okay. Komm. Okay. Komm. Okay. Mit Konzentration kann es uns gelingen. Oh Gott, Okay. darf ich die kriegs überhalten wenn die zeit abläuft nein okay bitteschön das tun sich jetzt nicht mehr also bisher ganz gut Qualität und Quantität sind einfach perfekt die Kekse werden einem wunderbar schmecken dürfen wir dich bald um Hilfe bitten klar beart euch mit den Keksen die Gäste sind gleich da wir werden die Totten nur rechtzeitig fertig hier können wir was machen dann ich versenke schon wieder den Boden drei Boden wir haben solchen Hunger okay ich backe euch was bitteschön das finde ich gemein so wirklich aufpassen muss dass man sowas nicht verpasst die Totenböden sind fertig aber oh du bist hier so ein Glück schnell schnell dekoriere die Toten wie im Rezept steht sag Bescheid sobald die Torte fertig sind auf die Plätze fertig los alles steuern Brücke B okay bitteschön bitteschön muss ich eigentlich nur warten aber ein Ach so ... Was ist das? Mörderbinder? Okay, 56 Sekunden, das sollte man eigentlich noch hinkriegen. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Einfach so machen! Schön, dass das Spiel nicht so kleintzüglich ist. Die eine halbe Minute haben wir noch. Okay, das ist eigentlich... So, bitteschön. Wer das auch möchte, nehmen sie einfach eine Torte zu backen. Fantastisch ausgezeichnet. Alles ist rechtzeitig fertig geworden. Ohne dich hätten wir es niemals geschafft. Du hast diese Torten so gut geschickt verziert. Bitte komm zur Eröffnungsfeier. Mach ich. Kriegst du dann auch was vom Torte ab? Hier entlang. Die Eröffnungsfeier beginnt gleich. Lass es so aufregen. Gleich geht's los. Eva senke schon wieder am Boden. Boden der Tatsachen. Bitte war es uns die Ehre ihn zu platzieren. Okay. Mach ich. Nun kann das Fest endlich beginnen. Das verdanken wir alles dir. Da kommt der Keks hin. Und auch dieses Level, 100%. Möge das Fest beginnen. Ja, deliziös. Und ein neues Kleid erhalten. Fortsetzung folgt. Aber ein Level ist noch drin. Stunde ist ja noch nicht um. Und Phoenix Streams nachher noch Silent Hill weiter. Ja. 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 Ja.